2020, 250. Geburtstag Ludwig van Beethoven, grandioser Anlass und es konnten leider dieses Jahr diese Veranstaltungen nicht stattfinden, was sehr, sehr schade ist. Aber von offizieller Stelle wurde nun bestätigt, dass das Beethoven-Jahr um ein Jahr verlängert wird. Riesige Freude. Auch in meinem neuen Programm eine Version freudeschöner Mütterfunk. Und nun sitze ich da und bereite die Planungen für kommendes Jahr vor. Und mein Programm, der verflixte Beethoven, wird also auch im kommenden Jahr zu hören sein. Und da freue ich mich riesig drauf. Ludwig van Beethoven für Felixe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 der existe auf der articulate embarc которые im Programm des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017